Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deinosis Survival. Wir snacken erstmal das Fleisch von den Rationen, die wir uns gerade erfahren hatten, oder in der letzten Folge, und versuchen mal auf dieser Seite der Mauer weiter zu kommen. Und rüberkommen müsste ja dann kein Problem mehr sein, allerdings dieses Wassergeräusch. Uhhh! Uhhh! Hi Krokodil! Tschüss Krokodil! Hehe! Hehehe! Das ist verdammt laut hier! Wo muss ich jetzt lang? Hier nicht! Ach ne, ich war schon richtig... Ich hätte hier über die Autos springen müssen und dann da drüben über die Brücke zurück. Toll! Ja schön, jetzt habe ich dort ein Krokodil auf der Brücke! Und da auch! Scheiße! Und da drüben sind Raktoren! So! Oh! Ahhhh! Gut beleid, Mark hat ihn da rausgezappt! Okay Das Krokodil benutzt die Brücke Ist mir auch neu Und der Raptor benutzt auch die Brücke Warum auch nicht? Ja Wir haben jetzt ein Problem Aaaaaaah Ist du tot? Biazzi! Ja, aber das Krokodil war ja ganz schnell da unten. Okay. I'na지 probably want something I love, I Hoffman支持 you cause you come in. Eeee. Heavyice, and witness who beats you audible are you. Excuse me! No! Du Arschloch, Alter! Du kannst dich doch nicht einfach hinterrücksangreifen! So, Einwichser! So, wir wechseln erst mal auf die Armbrust. Damit ich nicht noch mehr Munition verschwende. Alter, da kommt er aus dem Gebüsch gesprungen. Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Scheiße, wir müssen hier unten lang. Ich sage mal so, den Galimimus kann man schnell ausweichen. Wir speichern aber trotzdem mal kurz. Sicher ist sicher. Weil dort auch irgendwo noch ein Stego kommt. So, wenn man die hittet, rennen die ja weg. Das ist schön. So, beim Polizeiauto gab es nix. Ähm... Das ist eigentlich schade für die Stadt. Die sah bestimmt mal schön aus bei Nacht. Der Term. Ja, aber so richtig ausgestorben. Na, komm. Ich trau... Ach, komm jetzt. Ich trau dem Frieden hier nicht. Genau deswegen. Ja, genau deswegen. Oh, der ist down. Komm, fall um. So. Hier war noch einer. Da ist er. Guck mal, trenne ich dich überhaupt jetzt? Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Du Wichser, Alter. Ich durfte dich ernsthaft wieder Munition verschwenden. Und fast alle Eier aufgebraucht, die ich hatte. Ach, Mann. Ach, jetzt müssen wir auch noch runter in die Stadt. Schön. Und ich höre immer noch einen T-Rex rumbrüllen. Und einen Raptor. Ich habe doch gerade einen Raptor gehört. Oh Gott, es tut mir leid. Ich bin aber immer noch krank. Wo ist Fleisch her? Oh, jetzt ist die Frage. Müssen wir da lang? Ich glaube schon. Oh, Arschloch. Zwei Arschlöcher. Zwei Arschlöcher. Bedeutung. Bedeutung. So, der ist down. Eins. Shit. Und beide down. Oh, gottchen, gottchen, gottchen hier. Ich brauche eindeutig viel mehr Munition. So, wir safen aber kurz hier. Und das war es aber auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.